Was habe ich eigentlich noch gar nicht gehabt, dass Firmen Neonfarben mit Textil kombinieren, sodass man sagen wir mal, diese Jacke zum Beispiel ist komplett mit Maraboufarben gemalt und die leuchtet im Dunkeln wie das weiß ich. Und das fasziniert mich eigentlich so, dass man nicht nur wie man es eigentlich kannte, Neonacryl benutzen konnte, sondern Marabou ist so innovativ, dass sie das sogar auf Textil aufgebracht haben. Und das ist eigentlich so ein Grund für mich, warum ich mit Marabou zusammen mache. Ich denke mal, wenn man meine Bilder betrachtet, dann erkennt man, dass sie sehr dynamisch sind, sehr vielfältig, sehr bunt und als ich das erste Mal mit Maraboufarben von mir aus gearbeitet habe, war es eigentlich der direkte Bezug zu meinen Bildern. Ich konnte vielfältig arbeiten, ich hatte Neonfarben, ich konnte Farben im Dunkeln erhellen lassen, ich konnte alles zusammen mischen, die verschiedensten Chemie und das ist das Schöne an Maraboufarben. Die sind vielfältig, dynamisch und jung.